Hallo und herzlich willkommen zurück zu Don't Starve Together. Ich bin der May und spiel zusammen mit den SJ. Hallo! Ich verhunger, also hol ich mir ein paar Häschen. Ja, ich hab Popcorn. What the fuck? Warum hab ich Popcorn? Ja, nice. Achso, hier wegen Dings. Wegen Mais hast du doch gebraten. Ah, stimmt. Ja, also unsere Aufnahme-Session ist schon wieder ein paar Tage her. Deswegen, ne? Ja, man möge uns verzeihen, falls wir in der letzten Folge was angekündigt haben, was wir jetzt nicht direkt durchführen. Genau. Ich lass jetzt Zweige und Gras hier und ich werde mich jetzt darum kümmern, Zweige und Gräser zu holen. Alles klar. Zweige brauchen wir, glaub ich, auf jeden Fall. Boah, alle Fallen waren belegt. Richtig gut. Geiler Shit, du. Gibt's hier noch mehr Fallen? Ja. Ja, oben. Na, ok. Ja, also wir haben ja hier das Feld unserer Träume, wie es auch schön der, äh, wie der Part auch hieß, ne? Das Feld der Träume. Hm. Habe ich das so genannt, tatsächlich? Ich glaub, ich glaub, du hast es so genannt, ja. Oh mein. Ja, das Feld unserer Träume. Irgendwie sowas. Auf jeden Fall, äh, ja, kann man das auf jeden Fall so bezeichnen, weil es ist wirklich, das Feld unserer Träume. Das ist, ähm, ne? Es macht auch viel mehr Spaß, so den Part zu beginnen, ne? Man weiß, ach, man ist nicht vom Hungertod bedroht und, ähm, ja, ist alles schön. Happen. Alles schön. Ah, ich hab ja doch noch ganz viel Essen dabei gehabt. Ganz viele Happen hatte ich dabei. Ja. Hasenhappen. Gekochter Happen. Jetzt fällt mir grad auf, dass ich in der letzten Season, wo ich gestorben bin. Ja. Dich gefragt hatte, ob das ein gekochter Happen war, als du mir den Hasen gegeben hast. Ja. Und ich sehe gerade. Es war kein gekochter. Dass das kein gekochter Hase war. Gut. Weil die heißen gekochter Happen. Hoppla. Ja, ich will ja nix sagen, aber du hast mir da was frohes gegeben. Ja, aber das ist halt wie, wie Hackepeter, weißt du? So. Ja. Aus Hackepeter wird Kacke später? Ne, Moment. Moment, Moment. Aha. Der TV-Lieb wird so. Es regnet schon wieder, das heißt, wir müssen ein bisschen aufpassen. Gras brauch ich, äh, muss ich glaub ich nicht mitnehmen, ne? Also ausgegrabenes Gras. Gras hast du 15 Stück hier, ja. Ja, deswegen. Da haben wir noch ein bisschen. Ja, ich werd mich jetzt nur darum kümmern. Äh. Wie sieht's bei dir essenmäßig aus? Ich hab 77 und habe noch, ähm, zur Not ein paar Beeren. Okay. Das sieht doch nicht schlecht aus. Ne. Boah, die Hasen fallen, die gingen hier zu, das glaubst du gar nicht, ey. Ja? Ah, wie viel Hasen wir haben. Das läuft richtig gut. Aber wir brauch ein bisschen Holz, aber der Wald ist ja schon relativ fortgeschritten. Ja, der eine, also ich hab ein paar Bäume gesehen, die waren schon ready to fall, to falling. Ready to falling. Ja, aber ich trau mich grad nicht dahin, weil, dann schlägt ein Blitz ein und dann brennt der ganze Wald ab. Ähm, achso, ein Blitzabletter wollten wir bauen. Alter, da hat's grad geblitzt. Soll ich mal gucken, was ein Blitzabletter braucht? Ähm, ein bisschen Gold glaub ich. Ein bisschen Gold. Ja, Gold ist also glaub ich kein Problem, da haben wir ja relativ viel gehabt. Ah, Gold, Gold haben wir noch, ja. Ähm, Strukturen? War das ein Strukturen? Nee. Das war bei Wissenschaft. Das war bei Wissenschaft. Genau. Ja. Das ist ein Schüssel. Blitzabletter. Geschliffener Stein. Ja, kannst du ja aus deinem, aus dem Prototypen machen. Stein haben wir glaub ich. Oder musst du noch Stein besorgen. Brauch ich drei Steine, haben wir. Du hast da überliegen. Perfekt. Awesome. Warte mal, warte mal. Gut, erstmal. Ähm, ein Hasen wegpacken. So. Wir wollten ja ein paar Hasen aufgeben. Wegen. Den Winter. Den Winter. Ja. Warte mal. Das war jetzt ein Reichen, Reichen, äh, 5 Sträucher. Ne, 5 bis zur Ungarnzeit machen wir 6 mal. Ich bin mal das Vollschnitt. Ähm. Oh, ist das schön dunkel. Ja. Alter. Das ist voll gruselig. Das ist voll gruselig. So, jetzt muss ich mich aber langsam mal weilen hier. Eingeschliffenen Stein. Ach ja, ich brauche noch Gold. Oh Mann. Gold liegt aber in der, in der, in der Truhe. Ich habe die Rüstung an. Wo ist du, habe ich noch gerade einen Rucksack gemacht? Ne, hab ich nicht. Gold liegt in der Truhe. Ja, ja, ich weiß, aber ich bin so voll gerümpelt. Mann, ne, so. Die kann ich erstmal hier irgendwo anpflanzen. Kenntest du ja. Äh, ich hab jetzt 10, 10 Setzlinge. Sollte glaube ich reichen. Ja. Shit, shit haben wir ja. Ich hab äh, 5 Sträucher. Also Beerensträucher. Oh, deine Samen wollte gerade einen Vogel futtern. Die du hier hingelegt hattest. Ah. Ich kann doch noch so eingreifen können. So. Das war alles, das war alles äh, so gewollt. Äh, Wissenschaft, Blitzableiter. Ich weiß gar nicht. Wachsen, ähm, Setzlinge und äh, Sträucher und so, ähm, von alleine? Oder muss man die alle, also muss man die dünnen? Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, in der Nähe irgendwo? Oder weiterhin? Ja, irgendwo in der Nähe, damit der halt da hinschlägt, ne? Okay. Also du kannst ihn dann nehmen, unsere Wissenschaftsmaschine und so. Na, ich hab den jetzt äh, relativ nahe gemacht. So. Oh Mann. Wie sieht's mit, äh, Essen aus für dich? Ähm, sie sieht gut aus. Wir haben ja auch richtig viel hier, ne? Du hast ja hier, ähm, die Ernten auch gut gemacht. Ja. Ich ernte mal gleich. Zwei Karotten sind für uns fertig geworden. Ah, ich hab jetzt acht Sträucher. Das sollte, glaub ich, reichen. Hast du eigentlich was in Chester reingemacht? Äh, ein Ei. Achso. Ein Ei hast du da reingemacht. Genau, kannst du eigentlich schon mal rauslegen, weil das Ei müssen wir ja nicht futtern, wie in der letzten Staffel. Ja. Und dann nehm ich's raus und leg das hier einfach irgendwo hin. Wenn wir's gefressen haben, wie so Neandertaler, heißt er. Ist mein Torbid Ei. So. Ich hoffe, der ist wirklich friedlich, ey. Sonst haben wir ihn, äh, müssen wir erstmal flüchten. Wurden wir hart gefickt, ja. Auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob es sich lohnt. Ne Axt. Oh! Oh, was, äh. Mach dir ein Lagerfeuer. Ich kann nicht! Mach dir ne Fackel. Ne Fackel. Bauen! Oh! Oh! Anlegen! Alter! Leck mich hart am Arsch. Hahaha. Das war knapp. Ich will... Ich will... Ich will... Das war ganz schön knapp. Ah, glaub ich grade richtig? Ja, ich glaub richtig. Ich muss nur zu dem dicken fetten schwarzen Fleck auf der... auf der Karte im Feld laufen. So, hier lang. Die Fackel geht ganz schön schnell leer. 55, 56, 55, aber ich sollte es schaffen. Mache ich ne Aubergine zu essen? Und du kannst denn die ganzen anderen was essen? Oh, ich komme. Ich bin jetzt beim Spinnenfeld vorbei. Ah ja, da bist du ja. Hallo! Hallo! So, dann nehm ich mal hier die Zweige und... Oh! Geil! Komme ich genau zum richtigen Tempel. So, ich muss mal ganz kurz hier bisschen... Essen machen. Das sind halt noch kurze Nächte, ne? Ja. So, ich hab Samen angebaut. Angelegt. Boah, die Steine hattest. Achso, die Steine hab ich weggelegt. So, äh, hast du genügend Dung? Ich nehme jetzt einfach den Kram, den hier liegen hast lassen. Ja, hast du genügend Dung? Äh, ne, wir haben nur eine, glaub ich, hier in der Kiste. Okay. Äh, ich werd mal die Pflanze... Holz hast du gar nix, ne? Ne, Holz hab ich gar nicht. Okay, dann muss ich mal Holz hacken, weil wir brauchen ne neue Kisten für die Hasen. Äh. Ups. Anpflanzen. Ich glaub mal hier ist, glaub ich, ein okay Platz. Ähm, so, dann kommst du raus. Danke. Danke. Ich hab grad ein bisschen Angst davor, dass der scheiß Baum rauskommt jetzt hier. Quatsch. Ups. Anpflanzen. Ne Axt. Ach, unser, unser, ne? Unser Lager wächst und gedeiht. Und gedeiht und wächst. So, wo willst du denn die Setzlinge hinhaben? Hier, so? Vor die, vor die Bäume? Hm. Weil die Farben, die sind ja anscheinend hier, dann machen wir mal hier die Setzlinge. Ja, mach die nicht alle so dicht beieinander, ne? Wegen, ach so, wir haben ja, wir haben ja Blitzerblätter eigentlich. Wir haben ja Blitzerblätter jetzt, ja. Deswegen, ich werd die mal, ich werd die mal hier oben. Aber du bist Willow, ne? Du bist, äh, Aufregung erhitzt dein Gemüt. Ja. Und die geile Pyromanen, die Feuerlili. Ihr seht schon unser ganzes Essenslager dann wegbrutzeln. Ja, irgendwas ist doch immer, weißt du doch. Weißt du eigentlich, ob die Hasen auch im Winter leben? Ne, na? Äh, ja. Das ist doch, glaub ich, die einzige Einnahmequelle. Aber die, ähm, Farmen, die gibt's halt nicht. Aber da du im Winter so hart geistig gebumst bist, meistens, also so war's bei mir, ähm, werden die Hasen wahrscheinlich schwarz sein. Und so Schattenwesen sein, you know? Na toll. So, Grasbüsche setz ich mal hier. Du sollst nicht den Baum, du sollst, du sollst diese scheiß Ginzappen hier nehmen. Äh, Ginzappen. Ginzappen. Holz, holz hast du jetzt, ja? Äh, ja, hab ich. Okay, also wir kommen jetzt damit noch über die Nacht und du kannst auch noch Trum bauen, oder was? Oder wie gesagt. Hm, ja, versuch ich jetzt. So, Kifanzapfen lege ich mal kurz hier hin. Jetzt muss ich mal kurz die Truhen bauen. Drei Holz brauche ich dafür. Eins. Zwei. Drei. Kiste. So. So. Ich werde mich mal kurz um Dung kümmern. Dung, Dung. So, hier mach ich mal die Hasen und alle rein. Äh. Die halten ewig in der Kiste. Ja, wurde uns gesagt. Was? Also wenn wir drauf gehen und es nicht so ist, dann ist es eure Schuld. Ja, genau. Ja. Einfach mal alle Schuld von uns. Alter, die Büffel ziehen ganz schön gen Westen. Die sind gar nicht mehr so bei uns hier. Find ich gar nicht so cool. Ähm. Okay. Ist natürlich nicht so cool. Äh. So, neun Hasen haben wir. Das reicht natürlich nie und nimmer. Oh, okay. So, hier ist das Schizzle. So. Ich finde übrigens auch schön, dass wir die Kacke zusammen mit unseren Lebensmitteln lagern. Ja, so muss es sein. So gehört sie das? Das macht erst das besondere Aroma. Hahaha. So, Steine lass ich auch mal hier. So. Äh. Wie viel Dung brauchen wir ungefähr? Ich hab jetzt achtmal Dung. Ähm. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Die Sätzdinge müssen wir auch noch machen, ne? Oder wachsen sie so? Ich glaub die Sätzlinge wachsen so. Okay. Also acht auf jeden Fall. Ja. Also acht hab ich jetzt. Neun hab ich jetzt. Ja. Bring nochmal ein paar mit wegen den Früchten. Äh. Wegen Feld. Feld. Äh. Frucht. Zeug. Ist eigentlich mega eklig, oder? Dass aus Scheiße unser Essen wächst. Also beklage ich mal nicht, dass wir unser Essen mit Scheiße lagern. Ich hab gerade aus einer Falle Seide bekommen. Und kein Hasen. Seide? Ja. Spinnenseide. Haben wir vielleicht eine Spinne gefangen, oder was? Scheint so. Kann man Spinnen fangen? Äh, äh, Spinnen fangen? Keine Ahnung. Da war auf jeden Fall eine Seide drin. Das wär richtig geil. Ja, die Seide auf jeden Fall aufheben, ne? Wegen, äh. Ja, die Seide wird gut gebrauchen. Müssen wir nicht kämpfen für. Ja. Wobei wir auch anfangen sollten, vielleicht mal schon so einen Spinnen-Magen zu holen, damit wir was zur Not haben. Ja, Spinnen haben wir hier, ne? Ich muss noch mehr Holz hacken. So, ich hab jetzt 15 Mal Scheiße. Ich werd das Scheiße einmal für unser Essen benutzen, hier. Für unser, äh, einmal Mais. Scheiße, das klingt so falsch. Ich werd das einfach Scheiße für unser Essen benutzen. So, dann werd ich die Scheiße... Ja, ich weiß auch nicht. Soll ich jetzt die Scheiße für die... Ich nehm die auf jeden Fall für die Büsche. Mach die Büsche auf jeden Fall. Ja. Damit wir Beeren haben. Takt 10. Ah, ich muss auf jeden Fall mir gleich, äh, ne Speer basteln. Ah, guck mal. Man kann die Büsche also nur bis zu diesem Stadium, äh, machen. Und, äh, dann wachsen die anscheinend von alleine weiter. Dann das hier. Stinkfrucht, hab ich gezogen. Okay, ich weiß nicht, ob die gut ist. Werden wir gleich herausfinden. So, dumm. Dumm, dumm, dumm. Brauchen wir auf jeden Fall einen Kühlschrank, Marci. Vorher haben wir noch ein bisschen Zeit. Nein. Hä? Brauchen wir auf jeden Fall einen Kühlschrank. Eine Karotte, will er mich verarschen? Oh, awesome! Drachenfrucht! Okay, ich will fast noch verhungern. Ja, dann, äh, kriegst du gleich die Drachenfrucht. Die macht dich gleich, äh... Obwohl die Drachenfrucht, ich weiß nicht. Also die 36 habe ich. Ich keine Ahnung, ob das verhungern ist schon, aber... Ähm... Habe ich nur zwei Holz? Ne, ich habe 22 Holz. Oh, gut. Wollt schon mal hin, ey. So, äh... Sag ich, ich mach schon mal, damit wir was kochen können. Ja, ähm, ich werde hier ein bisschen Popcorn erst mal machen. Würdest du das Popcorn, willst du die Stinkfrucht oder die Drachenfrucht? Ich weiß nicht, ob man die Drachen... Ich habe 36 Hunger, also musst du wissen, was du mir geben willst. Ich weiß nicht, ob die Drachenfrucht auch Leben zu bereiten und ob wir uns die aufheben sollten. Ach, hier. Learning by doing. Drachenfrucht. Alter, die hat... Sechs gebracht. Sechs Nahrung. Was?! Ja. Okay. Dann kriegst du... Sechs Nahrung hat die du gebracht? Ja. Ach so, vielleicht war das... Wir brauchen diesen Kochtopf. Hier kannst du die beiden Sachen haben. Ich glaube, wir brauchen diesen Kochtopf und dann müssen die Drachenfrüchte verbinden mit anderem Stuff. Was gehört denn, der Kochtopf? Äh, warte mal, Kochtopf ist bestimmt bei Nahrung. Schmortopf. Ah, da brauchen wir auf jeden Fall Dings. Oh, das Gesicht ist hier, verpiss ich Gesicht. Ich habe nur eine 50-geistige Gesundheit. Wir brauchen, ähm... Ascher. Oh, okay, da kann ich mich ja drum kümmern. Wohl das Feuerzeug. Du hast das Feuerzeug. Wir brauchen 6 Holzkohle. Oder so. Ja, was denn hier mit den größten Meeren willst du nicht haben? Ach so, ja. Kann ich auch nicht. Dann wäre ich 71. Okay, ich habe 112. Mehr habe ich aber auch nicht. Aber du hast doch hier, Happen, falls... Wir haben ja hier noch... Hier oben in der Küste haben wir noch... Ja, und hier haben wir auch noch zwei Karotten und Korn und so. Vier mal Korn. Na, dann zieh ich mir das Korn mal rein. Du bist voll, ja? Nö, ich bin nicht voll, aber ich kann auf jeden Fall noch ein, zwei Tage überleben. So, ich kümmere mich mal um die Asche. Aber ich werde hier den Stuff erst mal liegen lassen. So. Hattest du die schon gedüngt hier? Äh, die Büsche, ja. Und es geht nur bis zu diesem Stadium. Weiter geht es nicht. Okay, ist ja gut. Hier schon wieder Hase. Hase, Hase. Hase, Hase. Hase in die Falle. Ja, ich mach mal eine neue Truhe. Oh, überziehen wir jetzt? Überziehen? Überziehen wir jetzt? Nee. Ich? Auf meine Uhr schlägt es 15 Minuten. Ja, wir machen noch einen Tag. Ja, gut. Heute gibt es Special Service. Special Service? Special Service. Anlegen, anzünden. So, neue Truhe. Neue Truhe für neue Hasen. Brenne, Baum, Brenne! Baum, Brenne. Hä, jetzt war Monsterfleisch in der Falle drin. So, Fällen. Es ist Spinnenseite und Monsterfleisch drin gewesen in den Fallen. Okay. Ja, dann haben wir wirklich eine Spinne gefunden. Ähm, warte mal. Wie kriegt man nochmal Asche? Ich hab jetzt Holzkohle. Äh. Ist doch richtig auch Holzkohle. Die brauche ich doch. Ich dachte Asche. Nein, ich brauche Holzkohle. Okay, alles klar. Alles gut. Alles richtig. Alles gut, alles richtig. Monsterfleisch. Können wir eigentlich auch aufheben? Falls mal wir ein Schweinchen sehen. Spinnenseite war auch nicht schlecht. Schöne Flingsfalle, ne? Äh, für eine Vogelfalle und ich glaube auch für, ähm, Bandagen. Oder waren nur die Spinnendrüsen dafür wichtig. Ah, da brauchen wir vier. Bandagen. Weiß ich jetzt nicht, wo ich die finde. Veredelung, Magie, Magie? Äh, ne, bei, ähm, Kampf. Bei, Kampf. Muss ja nicht in ein richtiger Wald. Ich will was abfackeln. Da. Es schweizer, es schweizer 2015. Ne, da ist keine Bandage. Schinkenkeuler. Ich finde es ein bisschen lästig, dass man nicht, äh, während man die Karte aufrufen, äh, aufruft, äh, gehen kann. Nicht ein bisschen, ähm, shit. Also beim normalen Teil war es, glaube ich, so. Jetzt bei hier beim Together geht es nicht. Nicht. Für die Vogelfalle brauche ich halt vier Spinnenseite. Soll ich mal die ganzen Feine hier einsammeln, die wir oben gelassen haben? Ich werde die mal mitnehmen. Ja, kannst du machen. Unten gibt es, glaube ich, mehr als genug Fein. Naja. So, hier nochmal einen neuen Sammel. Nee. Ich werde es, glaube ich, wieder nicht rechtzeitig nach Hause schaffen, Darling. Ja, ich komm zurecht. Mein Darling. Was brauchen wir für den Kühlschrank? So. Kühlschrank ist bestimmt bei Nahrung. Anzünden. Na, Kühlbrauch. Anzünden. Eieieiei. Dafür brauchen wir so Metallschrott. Anzünden. Anzünden. Brennt. Wo kriegen wir denn Metallschrott her? Äh, von diesen komischen Hüpfleuten. Also diese... Ach, diese... Pferdchen. Die komischen Pferde, genau. Pferdchen. Pferdchen. Äh, ich hab die... Ja, ich hab den Hund gehört. Scheiße, ich muss nach Hause kommen. Ich, äh, hole die Asche nachher. Also, später. Pferdchen. Ich hab nämlich nix, was mich jetzt... Oh Gott, ich werd drauf gehen. Ich weiß gar nicht, wo die jetzt kommen. Ob die bei mir kommen oder bei dir oder für jeden Einzelnen? Äh, ich glaub, die... zeigen sich jetzt ein bisschen auf. Oh Gott, Hilfe. Gott im Himmel. Bitte, lass mich leben. Ich hab jetzt fünfmal Asche, recht das? Asche brauchen wir nicht. Holzkohle? Ja, Holzkohle brauchen wir mal. Holzkohle hab ich nur einen. Brauch ich sechs. Ähm, gut, ähm... Ja, hat viel gebracht jetzt. Aber ich kann jetzt auch nicht mehr warten. Es wird dunkel und, äh... Ja, keine Ahnung, hast du auch keinen Bau? Ich hab auch keine Intensilien, um mir jetzt irgendwie, ähm, ne Rüstung oder sowas bauen zu können. Oder ein Speer oder so. Das ist ziemlich schlecht von dir. Ja. Hast du das gehört? Bin ich gut? Zeig dich. Oh fuck. Ja, ich glaub, es kommen zwei Nachrichten vor die Kombo, oder? Ich weiß es nicht. Oh, ich lauf falsch. Alter, wenn ich gleich sterbe... Dann liegen... Ja. Dann liegen 20 Hasen neben mir und die rennen alle in alle unterschiedliche Richtungen weg. Das ist nicht... Oh, die Nacht kommt, ich brauche Feuer. Nein, ich brauche nicht Feuer. Ich renne um mein Leben. Ach so, das gehört. Das war die Nachricht, jetzt kommen sie gleich. Ja, das Bähne hat auch aufgehört. Ne, danke. Ne, ne, es war da. Äh, die Bähne. Okay, äh, Maeve. Brauchst du erstmal Licht hier? Beschütze mich. Ich kann sie abfackeln, wenn du möchtest. Oh, da sind sie. Da sind sie. Da kommen sie. Oh, ich hab zwei am Arsch. Wie wärst du? Einer, zwei. Oh, ich hab jetzt drei. Dann, äh, wenn ich jetzt so lange die erstmal hier, ähm, in Schach halten, bist du... Kommst du klar mit dir? Ja. Vier. Ach du Scheiße. Spinner! Büffel! Hecht mir! Was geschafft? Was geschafft? Ich glaube, es ist nämlich vorbei. Ich hab hier ein paar Freunde mitgebracht. Es sind nur einen bei dir. Ja, die kommen aber gleich noch. Oh, die kämpfen gerade mit der Spinner. Oder die sind bei dir gespawnt und bei mir gespawnt. Ne, ne, die waren, die hingen mir gerade am Arsch noch. Die ganze Zeit. Okay. Die werden gleich noch kommen. Alter. Haben wir hier irgendwie, ähm, was, um mir jetzt gerade ein Ding zu basteln? Was? Ähm, einen Speer. Ich weiß nicht, was du für einen Speer brauchst. Ähm, wo sind die... Seil. Wo ist denn Seil? Ein Seil ist bei Prototyp. Veredelung. Hier, Asche und Holzkohle. Müsstest du alles haben für einen Speer eigentlich. Holzkohle, ja. Sehr gut. Asche legen wir hier rein. Seil, 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 Seil. Wo ist ein Seil nochmal gewesen? Bei Veredelung? Ah, Veredelung. Ja, ja, ja. Kampf. Ähm. Ich brauche einen Stein. Ich brauche so einen ganz normalen Flintstone. Warte mal, was brauchte ich nochmal? Maeve. Hä? Ich brauche einen ganz normalen Flintstone. Also so einen... Ja, hier. Danke. Danke. Kommen wir kurz Feuer nochmal ein bisschen an. Boah, so fühle ich mich schon viel sicherer. Äh, 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 äh. Hasenohrenschützer, ne. Oh, ich brauche... Was wollte ich nochmal machen mit der... Ich brauche Essen. Oh Gott, oh Gott, ich brauche Essen. Äh, hat es gerade irgendwie so gegrummelt irgendwo? Ja, die Alchemin-Maschinen haben gerade gerummelt. Okay, gut. So, Hesen kommt hier rein. Ich habe hier noch drei Pfeilen mitgebracht. Ähm. Ja. So, dann mache ich mal hier noch ein paar Xs und so rein. Uh. Okay. Ähm. Ja, das war's dann mit diesem Part. Oh ja. Wir haben den Angriff der Wölfe überlebt. Wenn es euch gefallen hat, lasst die Bewertung da. Ähm, bis zum nächsten Mal. Tschüssi. 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 Tschüssi.